Ein paar Moneters wird es kosten, ihn zu reparieren. Ja, das ganze Vorderrad steht. Trevor komm fahr dir nach Hause heile also in die Werkstatt damit man heile machen können besser gesagt hier rechts das ist ein total Schaden das ist jede Werkstatt würde sich darüber totlachen und sagen wenn du es reparieren alter kauf dir einen neuen das hier so ein Gebiet sehe ich gerade auf der map ja 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 labert mal hier nicht rum ist das überhaupt hier ja ist ach hier steht mein Auto oh what the fuck so komm mal öff ich habe ein bisschen Arbeit für dich ein Schrotthaufen aber was für ein Schrotthaufen oh günstig für so einen Wagen ja da ist jetzt definitiv wieder ziemlich heile würde ich mir behaupten so wir wollen aber den auch mal ein bisschen lackieren weil die Farbe geht ja mal gar nicht geht ja mal überhaupt nicht geht es ja hier so einen leckeren Chrom nee Chrom ist hässlich klassisch Andraset Silber Mittelnacht Rot Blatt Torino Rot wieviel Farben ey Weinrot das sieht die Ärmel aus wie Braun oder so ey ah nehmen wir so ähm ja der Wagen den könnte man wahrscheinlich völlig hoch pimpen Sportbremsen hat er drin Rennbremsen könnte er haben aber das kostet 11.000 Euro wir haben wir haben es Karosserie Kotflügelverbreiterung oh das nehmen wir auf jeden Fall mit Stoßstangen Front uuuuh komm nehmen wir auch mit äh 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 was ist das hier EMS Verbesserung Beschleunigung komm wir machen ja Aachen alles wir machen alles aber die Bremsen sind bescheiden ne scheiß egal äh Stoßstangen wir haben ja die Kohle so ist es ja nicht Auspuff jawoll Hupe so Scheinwerfer ja da hat er schon 10 Euro drin Nummernschild ach gosh naja hier das Ding hier keine Ahnung Lackierung haben wir gerade gemacht Überrollkäfig aha kost 500 nimm mal mit Spoiler hat er drauf ein boah ne das geht ja mal gar nicht ne ne da lassen wir den der drauf ist Federung tiefer legen der tut sich gar nicht doch er kommt runter Wettkampfferien Getriebe 13.000 jawoll heller mit Turbo 8.000 Reifen Felgentypen Reifenzugel was gibt es hier noch Fenster Limousine naja Turbo Reifen so Reifentyp SUV oh das geht natürlich schon mal was haben wir denn hier noch schickes ja genau nicht wirklich jup den nehmen wir gibt es hier noch schönes oh ne das geht gar nicht Sport äh selbe Typen ähnliche ja 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 ne ne das ist schon okay was hat es hier so Pimp my ride hart wie Brett und so so dann haben wir noch mal schönes Auto hier gepimpt aber die Bremse ist echt bescheiden scheiße man he so was ist jetzt hier ähm warte mal den müssen wir aber eigentlich irgendwo mal safen den müssen wir jetzt eigentlich mal safen aber nicht beim Strip Club verdammt und da hinten will ich jetzt aber auch nicht hinfahren ach Jesus naja fahren wir halt zum Strip Club oder ach scheiß drauf wir fahren zu Michael wir fahren zu Michael und machen dort die nächste Mission und ich hoffe der Wagen ist immer noch da mal gucken wie er ist vielleicht ist er ja scheiße genau erstmal spontan erstmal wieder ein Crash fahren hier oh hier ist wieder eine Rundfahrt ne danke die war letztlich schon ziemlich langweilig Suck mal Bitch oh Alter oh Alter wollt ihr mich verarschen ich hab den gerade frisch neu gemacht und so weiter so mal 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 Alter mal öfter Michael ich komm mit dem neuen Auto an hier ups brach ja neuer Auto was ich vielleicht wieder so Schrott fahre hier naja so wo ist er denn der Michael da ist er hey Mann fuck fuck was du willst ich bin dein Freund 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 wie immer ja danke ich mag das also die Familie noch nicht zurück nein nein sie ist ein verdammt Mann schau mal schau mal schau mal schau mal ich denke ich habe endlich herausgefunden ich weiß so so schau mal das ist nicht schau mal du weißt du 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 ja 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 äh pause mich zurück so Franklin he makes us multiculturell Lester makes us cyber we're like modern America we just get ourselves a gay friend bam no Nein, das ist nicht das. Ich habe Geld. Es macht dich einfach schrecklich. Ich will einen Film machen. Great. Das ist großartig. Und wo genau das, woher ich mich, in dem zweiten Akt deines Lebensstil? Wir werden das letzte große Job machen, und dann werden wir die Partnerschaft verabschieden. Das ist nicht ein Spiel für mich! Das ist ein fucking Weg zu leben! Ich habe eine fucking Familie! Ja, ich habe nichts! Das ist nichts! Niemand gibt eine fuckte von mir! Ich mache es. Oh! Fuck! Du! Ich habe deine Schmerzen. Ich habe dich verabschiedet. Und dann ist es, dass alles, was ich fucking dachte von dir, war falsch. Alles! Du bist nicht tot, und du bist nicht ein Mann. Aber was du bist? Ich bin dein fucking Schmerz! Engelge mit deinen schmerzen Hohenndamätätätä! Ich bin... Ich bin... Ich brauche nur etwas zu gehen. etwas, was ich schon was gedacht. Im Norden, Jankton, exactly wer in dem Loch in deinem geheimenheit war. Ich habe es nie gedacht. Du weißt, was ich denke? Ich hatte keine Ahnung. Du schreckige Scheiße! Du bist tot! Du bist tot! Trevor! Hey! Tee! Du bist tot! Michael ruft an! Hey, komm! Wo gehst du? Du weißt, wo ich gehe! Du musst nicht nach Nord-Yankton gehen, um zu wissen, was ich dir über ein paar Bier in meinem Haus erzähle. Komm, wir orderen Pizza! F*** dich! F*** deine Pizza! F*** alles, was da steht! Das ist Insanity! Oh nein! Nein, es ist klar! Und das ist der Grund! Endlich! Komm, komm zurück! Ich werde nicht hören! zu einem anderen von deinen Lies! Hey! Ich werde das alles für dich! Alles! Schau mal! Ich gehe da da, um es zu sehen, für mich selbst! Du wirst dich verabschiedet! Oh! Ich werde etwas tun! Es wird ein Anti-Klimax! Die Grabe ist leer! Nur ein kleines Sand, so etwas wie das! Es wird nur Blut und Schrauben! Lies! Wie machst du das, Mann? Das Spiel ist auf! Ich versuchte dir eine Reise! Du hast mir genug geholfen, Du hast mir genug geholfen! Du hast mir genug geholfen! Trevor! F*** dich, Michael! Es wird schnell genug geholfen! Was zur Hölle geht jetzt hier? Es ruft Ron an! Trevor! Es ist großartig, dass... Es ist ein Flugzeug, ich kann, um, 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 zu sehen, um, 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 zu sehen, um, 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 Um Хорошо zu sehemaya um vorher, um, 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 ... Deswegen, Das regt mich hier auf. Da hinten steht mein Auto, was ich mit 50.000 oder was auch immer reingesteckt habe, gerade gepimpt habe. Dammit, man. Die fahren natürlich zum Flughafen am äußersten Ende wieder. Gut, ist ja meiner. So. So, gleich da. Trevor on Rage, Mann, Junge, bieg doch nicht ab hier. Da, da, da. Mal gucken, was jetzt gleich kommt, ey. Jetzt werden wir eine Runde fliegen, aber... Ich habe echt keinen Plan, ey. Zack. Mensch. So. Steig in das Flugzeug. Oh, on Rage, on Rage. Los, geh. Ja. Geh. Oh, hallo. Geh rum. Ah, Mann. So. Fliege nach North Youngton. Roll los, du blöder Bock, 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 bock. So. Und los geht's. Wohin auch immer. Eine Runde fliegen. Da, 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 da. Ja. Ja. Schon cool mit den... Die Fliegen haben sich schon richtig gut gemacht, ja. Keine Autos, wo man rammen kann. Nur Helikopter, weiß ich noch nicht so genau. Ist nicht so mein Favourite, irgendwie. Oh, es regnet's. Warum regnet's jetzt? Wetterbricht stand doch schön und sonnig. 40 Grad im Schatten. Die, 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 die. Wo oft war hier schon lang geflogen, sind er. Durch die Brücke sind wir schon geflogen. Unter die Brücke meine ich. Ein SMS von Ron. Scheiße, T. Ein paar Chinesen suchen dich, wollen wissen, wo du rumhängst. Glaubt, es sind Shanks. Shanks, Leute, aber hab nicht gesagt, wo du bist. Ich schwör. Alter Ilan, ich schwör. Wo fliegt er denn nicht hin? Ich muss rausfliegen komplett. Alter. Da ist doch, da ist doch gleich zu Ende. Da ist er doch. Tatsache. Na gut. So, hier sind wir. Jetzt fliegen wir in eine andere Stadt, oder was geht? Ladebildschirmen. Wir werden's gleich sehen. Lundendorf, North Youngtown. Lundendorf mit FF. Das ist ganz wichtig. Lundendorf mit FF. Sonst findet ihr das nicht. Ach, da. Ach, das ist der Anfang gewesen. Michael Townley. Wer hast du hier bekommen, oder? Als ob ich mich fragen muss. Husband, Herr, ja, also, Ehemann, Vater und Freund. 1965 bis 2004. Husband. Trevor betätigt sich Sport... Hey, du wastestest du dir Zeit. Ist das, warum du hier rausfließt? Huh? Sag mir, ich wastestest du dir Zeit? Geh'n'n, schau'n'n. Ich gebe dir eine Scheiße. Ja, das ist das, wie du siehst. Der Mann, der nicht schau'n. Das ist schau'n. Wie lange du dich schau'n? Mikey, huh? Wann wird es stoppen? Was passiert in der Nacht? Es kommt in der Licht. Oh, gib es ein Rast, Trevor. Es gibt nichts da. Das ist es. Moment der Wahrheit. Das ist es, wenn ich nicht wusste. Brad! Schau'n, wir machen, was wir müssen tun, um zu überleben. Diese Sache, es nicht funktioniert wie es sollte. Oh, wie war das? Mit Brad in der Kahn und ich in der Erde? Oder, 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 oder? Wir haben beide in der Kahn. Brad wurde schau'n, du hast es gesehen. Er hat es nicht gemacht. Ich wurde schau'n, ich habe es gemacht. Das ist es. Ich glaube, die einzige Sache, die nicht so gut war, war ich auf dein Kahn, 10 Jahre später. Mikey, ich schau'n, du. Und ich vermiss, du. Aber ich habe eine fucking Familie, Trevor. Wir waren alle, wir werden sterben. Er hat er, du, du reptiliener, motherfucker. Ich habe es nicht zu kommen, zu diesem. Ja, du hast es. Du hast nur die fucking balls, um es zu tun. Aber ich mache es. Ich habe mehr zu verlieren, als du. Es ist niemals eine wahrheitliche Sprache. Es wurde gesprochen, brother. Jetzt, schau'n die fucking Trigger. Du hast nicht die Gutsche. Geh das fucking Schuss! Wer ist das? Fuck! 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 Joe Phillips! Mr. Chauheiser hat ein Wort. Hey, ho, ho! Ich bin nicht der Mann, du bist für dich. Hey, tausend sie mir, tausend sie mir! Ich geh den Mann, du bist für dich! Mann? Motherfucker! Steig in das Auto! Oh Gott. Oh, lauf doch! Alter, 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 was machst du hier, was machst du hier, ja, ach nee, ich hab einen Tasten verklickt, verdammt, ja natürlich versuchen wir das nochmal neu, ah, unerwartet und so weiter.